Let's play Deadlight bei Kahnplan Gaming. Lasst euch nicht von der spannenden Musik täuschen, das dauert noch eine ganze Weile, bis es jetzt hier in dem Abstand spannend wird. Wir müssen nämlich irgendwie alles nochmal machen. Also, wir müssen hier nochmal durchklettern. Dann müssen wir da rüberspringen. Dann müssen wir hochklettern. Dann müssen wir das aufmachen. Oh krass, wo bist du denn überhaupt? Jetzt bin ich hier. Jetzt können wir hier laufen. Da sind wir wirklich eine Sekunde zu früh gestorben. All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better. Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air, we'll be able to find her. Oh nein. Are you okay? I'm a little busy. I'm sad, Randy. I miss my wife. Okay. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved. Not around anymore. We're alone. Look, Randy. The safe point. You should be able to find them from there. At least they brought you this far. Ben, are you okay? We're like, Randy. I have to do that with the mouse now. No. Wake up! This is so absurd. We'll get him extra medicine, so he'll get it two minutes later. What is this? What is this? What is this? What is this? You couldn't have to know, right? Oh God. What's going on? This is the crazy sequence of the crazy dreams. What is this? What is this in the way with the trauma? Wait. This is my neighborhood. This is my street. I don't like this. Ich kann nicht schneller laufen, übrigens. This was the day. The day, the shadows destroyed our town. This is my home. I don't want to go inside. In seinem Tagebuch schrieb er ja, dass sie nicht mehr da war. Ja, wahrscheinlich sind die... Wahrscheinlich hat er sie umgebracht oder sowas. Lydia! Dass sie sich verwandelt hatten. Das ist doch die Pointe. This isn't how it happened. You weren't here. Das ist doch die Pointe am Ende, oder? Oh. Oh Gott. Military Sanitary. Also langsam kann das Spiel auch zu Ende gehen, oder? Ja. Ach was. Ach was. Da war was. Ist dir egal, ne? Ja, ist mir echt egal. Aber da waren ja noch nicht mal Zombies. Ich... 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 Ja, was sollen wir denn sonst hin? Sich bewegen. Okay, wo sollen wir denn hin? Nein, wir versuchen, die aufzuschießen. Markus. Boah, ey. Ich will, dass das Spiel jetzt zu Ende ist. Ich will nicht mehr. Aber ich will so nah am Ende, glaube ich. Ach, meinst du? Ich glaube schon. Wir sind doch jetzt alle tot, unsere Freunde. Ich habe oben gar keine Patronen mehr. Warum? Sechs Stück. Achso, wir müssen nachladen, sorry. Nee. Hä? Hä? Verstehe ich auch nicht. Oder schwarz voll. Heißt schwarz voll. Bin auch nicht sicher. Warte, 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 warte. Kannst du? Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt nimm mal die Pistole und schließ mal das Ding auf. Nochmal. So. Und dann läuft es zurück. Oh, scheiße. Heb auf, was wurde da angezeigt? Was soll ich denn machen, um Gottes Willen? Was soll ich denn, Mann? Ich kapier das nicht. Vielleicht war da ja irgendwas. Mein Gott. Trägt dich doch nicht so auf. Ja, okay. Dann sag, was ich machen soll. Also, das hier funktioniert nicht. So viel wissen wir ja schon, ne? Hier kommen wir auch nicht wieder nach oben. Guck, was da ist. Zwölf Patronen. Heißt das, wir müssen jetzt einfach alle erschießen? Wahrscheinlich. Ja, dann musst du das eben machen. Vielleicht soll ich... Okay. Keine Patronen mehr? Doch. Ich muss nur nachladen. Okay. Ich kann nichts. Achso, kannst du den mal abschießen? Ich kann nicht mehr schießen. Achso, sind schon wieder alle... Achso, ich muss jede Patrone einzeln nachladen. Okay, jetzt habe ich es. Jetzt kannst du schießen. Mann, warum treffe ich den nicht? Doch, hast du doch. So, wie komme ich denn jetzt... Nein, man muss ganz ruhig da drunter stehen, ohne dass er sich bewegt und dann geht es. So. Jetzt laufen wir einfach mal lang. Oh, ich habe völlig vergessen, dass ich hier nicht schwimmen kann. Ich bin da jetzt fast irgendwie... Ich habe hier gerade... Ich mache gerade einen Facepalm. Offscreen, sozusagen. Also muss man da schon mal jetzt durchrennen, richtig? Weil alles zusammenbricht, sobald ich da rüber springe. Okay. Aus einem unbekannten Grund. Danke. Also. Immer weiter laufen. Das bringt schon mal nichts. Wie? Was soll ich denn... Hä? Was soll ich denn machen? Ich weiß gar nicht, von was ich hier jetzt eben getroffen wurde. Du bist ja eigentlich nur durchgelaufen. Also nochmal. Ich bin jetzt hier. Ich bin doch vorne da durchgekommen. Ja. Kann ich schießen, oder so? Warum es jetzt hier so geklappt hat, weiß ich nicht. Du musst ja immer weiter. Oh Gott. Oh Gott, ey. Das ist ja eine lustige Folge. Deswegen, dass du immer noch hier sabbeln musst am Anfang. Und dass du jedes Mal hier auf die Fresse fliegen musst. Und dass du immer noch hier auf die Fresse fliegen musst. Ich... Das ist so zum... Das ist so... Ich muss da am Ende. Ich komme da nur durch, wenn ich springe. Ja? Aber wenn ich springe, fliegt er mit seinem blöden Schädel gegen die Wand und macht erstmal nichts. Dann muss ich wieder zurücklaufen, nach rechts und dann diesen Doppelsprung machen. Und das klappt zeitlich einfach völlig beschissen. Wer auch immer diesen Mist hier programmiert hat. Meine Fresse, ist das schon in die Karte. Jetzt muss ich nämlich hier, hier, dann rüber. Wie soll ich das denn machen, um Gottes Willen? Das geht gar nicht. Tut mir leid, Markus, aber das geht gar nicht. Da kommst du nie im Leben durch. Niemals. Wenn diese Folge 30 Minuten geht, dann schaffst du es vielleicht. Aber nur mit Glück. Ich kapiere einfach nicht, was das Spiel von mir will. Wie soll ich denn da so schnell... Warum stirbst du da denn immer? Musst du da rollen? Ja, wie soll ich denn rollen? Weißt du, wenn ich da rüberspringe, die Rolle, die ist hier vorher schon zu Ende. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier rüberspringe, da kann ich gerne rollen, aber dann ist das zu langsam, dann sterbe ich hier vorne ja schon. Ich kapiere nicht, was das Spiel von mir will. Also nochmal, ich laufe jetzt hier. Ich laufe einfach nur durch, ja? Jetzt hat es geklappt auf einmal. Warum denn? Und da oben stirbst du aber ja jedes Mal. Da stirbst du auch immer. Da fallen doch die ganze Zeit Sachen runter. Ey, du musst das schon... Ich weiß sogar nicht, warum es überhaupt zusammenstürzt. Das ist so... Einfach nur so eine richtig dämliche Spielstelle. Weißt du, so ein völlig einfallsloser Bullshit. Ja, aber eigentlich... So, kannst du jetzt nicht zurücklaufen? So. Jetzt muss ich hier... Tum, tum. Wie soll das denn gehen, Mann? Du hast es ja fast geschafft. Oh Mann, ganz ehrlich, ich möchte den Designer nehmen und den Korb auf den Tisch hauen. Na gut, das Gefreisen bringt auch nichts. Weiß ich nicht. Ist das so? Warum macht er das nicht? Warum springt er seinen verfickten Doppelsprung? Das kannst du halt nicht so gut mit dem Doppelsprung. Ja, wer kann das denn? Aber weißt du, was ich echt glaube, ne? Der Safe Point, der ist no more than a trap. Echt, ey. Und du. Und springt. Oh, Gott sei Dank, ey. Ach, da hättest du auch noch ins Wasser reinrutschen können, ey. Das ist echt ohne Scheiße so ein Spiel, was ich, wenn ich das einmal durchhabe, mein Leben lang nie wieder spielen will. Nie wieder. Aber wir freuen uns schon auf dein Fall. Meinst du, es gibt uns mal geil? Ich glaube nicht, dass das irgendjemand haben will. Ich glaube, niemand, der das Ding durchgespielt hat, will das Spiel haben. Ich weiß nicht, wie lange gehen denn unsere Folgen so? Viertelstunde. Da haben wir noch ein bisschen. Länger kann man das auch keinem zumuten mehr. Das muss ich nach vorne. Das Gitter leuchtet zu komisch. Könnte ich nur die Gegenschießen. Deine Patronen sind alle. Achso. Was muss ich denn machen? Was kann ich denn überhaupt machen? Du kannst ja eigentlich nur durch die Tür und... Du kannst ja eigentlich nur durch die Tür und... Du kannst ja nicht erschießen. Du kannst ihn mit der Axt nicht töten. Die stehen immer wieder auf. Da draußen sind jetzt auch Zombies, oder? Sind auch. Muss ich da zu dem Fenster hinspringen? Das geht mir ja gar nicht. Es leuchtet ja, ne? Aber vielleicht von der anderen Seite. Vielleicht kannst du nach rechts springen und dann nach links und dich dann am Fenster hochhangen. Ich glaube, ich weiß. Warte. Ich glaube, ich weiß wie, aber... Was denn? Ich muss hier hinten rum. Dann da oben. Und dann bist du auch schon tot. Was? Die Zombies, die nerven dir wirklich so ab. Das macht gar keinen Spaß. Ohne Scheiß jetzt mal. Was ist das da oben denn? Boah, Alter. Ey, wir müssen jetzt echt ne Pause machen. Ich halt dieses Kackspiel nicht aus. Sorry. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr es noch aushaltet.